Gefüllte Gemüsezwiebel mit Topinambur und Petersilie. Man nehme vorerst gelbe, recht große Gemüsezwiebeln, schneide sie am Strunk etwas ab, gibt sie mit dieser Seite auf ein mit grobem Meersalz bestreutes Backblech und schmurt sie so bei 185 Grad Celsius circa eineinhalb Stunden. Danach schneidet man ihnen vorsichtig mit einem Sägemesser den Deckel ab, bewahrt diesen als solchen auf und nimmt mit einem Löffel die Innereien heraus. Das Zwiebelinnere bekommt durch die lange Garzeit einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, der mit dem eher herben, astringierenden Akzent der Topinamburwurzel eine schöne Kombination ergibt. Frische Petersilie bringt dem Ganzen noch einen schönen Kontrast. Die Hülle der Gemüsezwiebel soll schlussendlich weiter als logischer wie auch dekorativer Teil des Ganzen erhalten bleiben. Zu den Topinamburwurzeln. Diese in der Zwischenzeit mit einem Metallschwamm grob bürsten, in einem Gemisch aus Wasser, Milch, Salz, Senfkörnern und etwas Marzisblüte weichdünsten, anschließend mit dem oben genannten Zwiebelinneren und reichlich frischer Petersilie in einem Cutter pürieren. Das Ganze mit einem Spritzsack, ein Löffel geht auch, wieder in die Zwiebel füllen, den Deckel darauf geben und erneut erwärmen. Sofern man mehr Bindung möchte, gebe man der Fülle etwas Semmelbrösel und Ei bei. Dies eignet sich sowohl als eigenständige Speise wie auch als simple Beilage. Als Beispiel zu einem Lammgericht. Topinamburchips und frittierte Petersilie ergänzen das Ganze nicht nur optisch. Töne von untersch gainszöublik. Das Ganze mit unserem Koffer, 내�hen mit dem Koffer und USRegeln. Die Zschke – Zerpflarea 204- eighth father Sammutter, vitaminsindet von besonderes Grund, Koffer. Zusamm